Hallihallo, willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Origins, Assassin's Creed. Und wir gehen jetzt Merikis weiter hinterher oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Es war letzte Folge, es war am Ende. Ich habe zwischendurch so viel gebrabbelt wieder in der Pause. Ich habe schon wieder vergessen, es tut mir leid. Armer Spielercharakter, oder nicht Spielercharakter. Wir reiten dem jetzt einfach ein bisschen hinterher. Wir gucken dann mal ins Grab mal und mal sehen, was uns da erwartet. Ich gehe davon aus, dass irgendwo ein paar Grabräuber oder Soldaten oder irgendwie Ptolemaeus-Anhänger noch irgendwo auf uns warten. Und ja, die machen wir einfach wieder platt. Führer Belos behauptete, er kenne die Wüste besser als die Lade oder das? Ja, komm, Spistige gibt es reichlich zu machen. Ich dachte nicht, dass sie sich gegen mich wenden. Ich finde das gut. Ich wusste nicht, dass sie solche Banditen sind. Es gibt nur solche Banditen. Sie alle plündern und morden für Geld. Ja. Ja, sie schienen auf beides recht begierig, als sie mir das eine Artefakt stahlen und mich wegen des anderen töten wollten. Aha. Du bist eine Gefahr für dich selbst. Das sagt man mir öfter. Oh. Da sind wir. Der Eingang ist natürlich verborgen. Hier scheint der Boden weich zu sein. Sehen wir mal, was unter dem Sand ist. Bei Reh. Was wir wohl finden werden? Ein letztes tödliches Hindernis. Du willst mir jetzt sagen, dass wir statt alle... Okay. Natürlich in meiner Welt, die ich als Spieler nun mal so bin, ja, habe ich natürlich gleich den ersten Hinweis rausgesucht, der uns dann direkt dazu führt, wo wir hin müssen. Damit ihr nicht immer so lange warten müsst. Weißt du, bei anderen, da wäre da jetzt erst hier überall rumgetüdelt und hättet geguckt, ne, und hättet warten müssen, bis sie es dann irgendwann mal nach zwei Minuten geschafft hätten, ne. Nein, bei mir einmal suchen, freimachen, Katzen, dann können wir dort rein und dann babbel ich einfach die zwei Minuten. Das heißt, ihr seht es dann trotzdem nicht eher als bei den anderen. Aber dafür fühle ich mich wenigstens einmal am Tag gut. Ich sagte doch, keine Sorge. Läuft! Läuft! Letztes tödliches Hindernis. Hm, 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 hm. Wie war das mit dem Lachen? Es geht wirklich nur mit dem, ne? Na gut. Du meinst so wie gestern bei dem Beitrag? Ja, ungefähr. Du zuerst. Wir sind die ersten, die seit mehr als 2000 Jahren einen Fuß hier hineinsetzen. Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Keine Sorge. Du hast genau getan, was ich dir geheißen hätte, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. Ah, übrigens, Fuffel, zu gestern, äh, Last Night of the Rabbit. Ich hab heute einfach mal nochmal was reingeguckt. Weil ich mir so dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass ich so kacke war gestern. Ja, doch. Ich hab quasi fast instant die Lösung gefunden, wie es gestern weitergegangen wäre. Sag einfach nichts. Es ist schon vollkommen okay. Zugegebenermaßen muss man sagen, das, wie es dann dort weitergeht, ist wieder so ein echt fieses Ding. Oh, naja, gut. Das ist es? Wir sind fast nur alte Schriftrollen. Nicht viel Gold. Welch ein Schatz. Sieh dir nur all die Geschichte an. Kition und Heraklitus werden staunen. Ich werde berühmt. Wir werden berühmt. Schön, dass ich helfen konnte. Sobald ich unsere Entdeckung katalogisiert habe, bringe ich sie in die Bibliothek von Alexandria, auf das sie studiert und bewahrt werden kann. Mach das mal. So. Interagieren. Hat das was mit unserem Kieselglas zu tun? Bei Grabmäler und so, ne? Das sieht hier wieder aus wie bei den Alten. Also hier bei dem Alten Volk. Ja, obwohl, ne, das sieht eigentlich nur ägyptisch aus. Ein perfekt erhaltenes Pyramidion. Ein Relikt der Götter. Und der Quell alles Guten. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf fallen. Und den Weg für den Bennu-Vogel erhellen, der über die Wasser des Nun flog. Okay. Alles klar. Also wir wissen immer noch nicht, was wir mit dem Kieselglas tun sollen. Alles klar. Okay. Okay. Mindestens hat noch niemand irgendwas gesagt. Nochmal. Wie soll ich das alles nach Alexandria bringen? Ja. Das musst du jetzt selber hinkriegen. Dafür wäre ich nicht bezahlt. So. Ich weiß nicht, ich würde hier mal hin. Natürlich müssen wir da oben noch hin. Ja gut, jetzt geht es erstmal wieder drum. Ein paar Quests auch mitzumachen. Und so ein paar Erkundungen mitzumachen, ne? Dann würde ich jetzt, glaube ich, erstmal hier hingehen. Hinten wird schwer, ne? Ich glaube, da sollte ich erst irgendwie... Versuchen wir nicht. Und dann... Aber das hier wird... Ich glaube, das ist wieder ein Steinkreis hier hinten. Dann könnten wir die Theorie mit der... Oh ne, kann man nicht. Wir müssen jetzt erstmal zur Sphinx runter. Wir haben jetzt ein Grabmal gemacht, ein weiteres. Ja, wir machen erstmal weiter. Wir gucken erstmal ein bisschen. Aber die Frage wäre ja jetzt wirklich... Äh... Was ist die richtige Theorie, ne? Die richtige Theorie, dass die Grabmäler... Und die Anzahl der Grabmäler dann das ist, was wir... Bei der... Ähm... Bei der Sphinx brauchen. Oder die Anzahl der... Äh... Steinkreise. Da bist du! Huh? Warum haust du da ganz ab? da kommen die einfach so auf mich zu und sind der meinung das ist jetzt eine geile idee oder was ich das jetzt verstehen warum sind die jetzt auf mich los ich verstehe es nicht aber ich muss ja auch nicht immer alles verstehen jetzt gucken wir mal kurz hier guck mal hier so ein paar verschiedene städte durch einfach dass man nichts in irgendeiner hinsicht sieht oh okay so dann schauen wir mal bis da oben du fragst ihn das nächste mal halt erst bevor du sie weg machst das wäre ein bisschen schwierig geworden mein guter wuffel die waren jetzt nicht ultra gesprächig drauf und das hier oben scheint kein steinkreis zu sein sondern es scheint irgendwie so wow hier ist ja auch wieder keiner zu hause willst du mir sagen ich kann da jetzt einfach hingehen den schatz klauen und hause da ab und keiner muss sterben wie kack langweilig ist das pach kann doch nicht sein hier waren jäger doch offenbar haben sie dieses gebiet verlassen sie wollten ihre beute in eine falle locken das gehört auch noch alles dazu na dann schauen wir mal ja 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 man ja 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 Ich finde das mal effizient gerade. Na gut, hier gibt es also nichts weiter, was irgendwie interessant wäre. Gut, dann gehen wir zu dem anderen da oben. Na gut, schauen wir mal. Ich kann einfach nicht davon ab, ne? Das ist so schlimm. So, ich muss mich jetzt mal zusammenreißen. Ja, ist gut. Wir haben mal wieder irgendwie so ein Banditen, Soldaten, was auch immer, Lager. Na dann, ach nee, das sind ja bloß Hyänen. Lame. Ich bin ja, ich bin ja. Das war's für heute. Ach, wie cool. Ist ja ein bisschen kleines, bisschen kleines, bisschen hinterher. Ach, wie cool. Das war das doch bestimmt der da oben. Ach, wie cool. Ich bin ganz doll gelb verzohnt. Ja, vielleicht. Oh, ich war's. Manchmal kann ich aber auch ganz gut schießen. Hier sind aber auch viele Hyänen. Ich zeige doch nicht ab. Aber schön, haben wir das auch. Ist doch nett. Irgendwie ständig dasselbe hier mit den Meteoriten. Oder? Ja, sieht so aus. Warte, ich würde wirklich gerne euch das mal mit den Skarabeen zeigen. Bock drauf. Ja, gut. Okay. Wo geht's weiter? Eigentlich müssen wir dann hier rüber, ne? Als nächstes. Wir müssen mal schauen, was das hier ist. Als nächstes ein Geschenk der Götter. Ich muss das mal googeln, glaube ich. Was ist Ikterus? Was ist Ikterus? Was ist Ikterus? Was ist Ikterus? Kann sein, dass der hier einen schönen Absturz macht. Das ist möglich. Was sagt man jetzt so auf Blut nichts? Aber da bin ich wahrscheinlich einfach wieder komplett durch. Was ist Ikterus? Dieser Mann hat für Kleopatra gearbeitet. Er hat Gysi verraten. Er hat meinen Liebsten verraten, Rudiak. Und er hat die Götter verraten. Diese Beute wurde verflucht. Wer sie berührt, berührt den traurigen Karr von Minmontou. Der hier ist, von Re zu sich gerufen. Ich verbleibe Rudiaks ewige Göttin, Sufia. Ah, guck mal. So was kennen wir doch noch. Da kann man bestimmt drei schöne Hosen machen. Sag ich da nur. Na? Zumindest erinnert mich das gerade so da dran. Ach ja. Gut. Äh. Nidria. Ach das ist die ganze Stadt gleich. Dann werden wir bestimmt auch ein bisschen was in der Stadt zu tun haben können, oder? Also ja, klar. Wir haben ein paar Quests, aber ich habe noch ein bisschen mehr. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Heiße Quellen? Sind das einfach bloß so ein bisschen salzebene mäßig? Anscheinend heiße Quellen. Cool. Kann er denn auch ein Sandengelchen machen? Ich weiß nicht. Warte mal. Äh. 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 Sieht nicht so aus. Ich kann keine Pose einstellen. Äh. Äh. Schade. Naja. Es sieht so aus, ne? Wie, wie Saline. Oder so. Find's cool. Ich kann mich da so verlieren, wenn sowas, ne? Ich find das so cool. Entschuldigung. Ich muss hier mal kurz klauen. Ach. Da gibt's nochmal was zu klauen. Sehr gut. So. Was ist hier noch? Hier drüben sind Händler. Okay. Ich hab schon gesucht. Wo gibt's denn hier Händler? Weil... Das sieht halt hier so aus, aber du kannst nicht handeln. Wo sieht's auch überall aus? Kannst du aber trotzdem nicht handeln. So... So richtig schön verarsche. Alter ist das krass. Find ich cool gemacht. Genau. Ist es nicht schön, wenn von oben die Sonne mit 40 Grad auf dich drauf prasselt. Ohne Schatten, ohne alles. Und dann kannst du dich hier nochmal in so eine 50 Grad oder vielleicht auch nur 40 Grad warme Quelle oder heiße Quelle setzen. Ah, es gibt doch bestimmt nichts schöneres, oder? Ich könnte mir jedenfalls nur 20 schönere Sachen vorstellen. Jetzt auf schnelle Art vom Nachdenken. Naja. Guten Tag, die Dame. Ich guck mal kurz hier drauf, ne? Okay. Behandlung der Arbeiter. Behandlung der Arbeiter. Nekenie. Hautausschlag. Akazienblätter, Harz, Honig, Fett. Mischen und sorgfältig auftragen. Inorep. Kopfschmerzen. Schädel von Welsen in Öl kochen und zwei Tage lang anwenden. Okay. Api. Blasen. Das ist alles Therapie. Kieferharz, Tintenfischbein, Ocker, Wasser. Mischen und regelmäßig anwenden. Schön. Riecht ja zum Glück auch überhaupt nicht furchtbar, was da hier alles vorgeschlagen wird. Na gut. Anscheinend gibt's hier häufige Probleme. Anscheinend kennt man uns hier auch. Zumindest teilweise. Ja. Wir werden wohl wieder etwas helfen müssen. Schließlich gibt's hier Quests. Aber die gucken wir uns natürlich erst in der nächsten Folge an. Ihr kennt den Spaß. Ist er das? Das kann er nicht sein, oder? Oh, Götter. Er ist es. Ruhe. Er wird euch hören. Seht ihn nicht an. Ich bin berühmt. Ich bin berühmt. Bis dann. Cheerio.